Heyo Leute und Willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online Mit dabei ein paar verrückte aus der GUD Ich hab die Namen grad nicht im Blick leider Deshalb sag ich einfach mal Willkommen an alle Ihr könnt da selber mal Hallo sagen Wir spielen weiter unsere GTA Online Rennen Aus letzter Folge Wir sind jetzt bei Rennen Nummer 4 Aktuell führt Sascha, aber dort werden wir diese Folge ändern Muss man hier links? Nein geradeaus Links rein Ja links in den Teufel Sonic du bist auch geil Ey wir sind 6 Leute Und die Scheiß Namen kannst du dir nicht merken Die 5 anderen Ey wir wollen ja Storm ist dabei und Sascha ist dabei Ja das ist richtig Aber ich hatte keine Lust Ich wollte die Zuschauer bei ihm nicht nerven Unwichtigen Leuten Alter ich hab grad voll Frame Einbrüche Oh voll ausgebrochen Ästhetik muss ja gedacht werden Sorry Alter voll ausgebrochen mit der Karre Oh lol Storm hat vollen Abgang gemacht Ich fährt da so krumm Ich brauch den Windschatten Sorry Sascha Hä? Warst du im Gefängnis? Was willst du? In echt? Ich stehe ich weil er mit der Karre ausgebrochen ist Ha 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 Sorry Mathis Jetzt muss ich dich leider von der Strecke hauen Für solche Sprünge hast nichts anderes verdient Alter hab ich Frame Einbrüche in den Tunneln Oh So was ist der Tech Junge Treff doch hier eh nichts Ich weiß es doch nicht mehr Oh Gott Tschüss Mathis Nein Oh oh Sonic schneller Ich bin überall hier Vorsicht Oh Ich bin nicht mal abgehoben Ich hab den auch nicht mehr Weil ich auch aufgegeben Das ist kein Schwung Alles in der Range ist Also eigentlich muss ich Nein Nein Eigentlich muss ich aber Ich bin leider zu scheiße Warum? Nimm doch einfach meinen Windschatten Weil du Du hast mir eine Kaffenseile Was? Ich hab gesagt ich würde gerne in meiner ersten Folge gewinnen Sorry Ja ich nicht Ich bin schon echt ein Arschloch Wie kannst du es nur weil Sonic zu verleidigen Ja echt mal Den Heiligen Sonic Vorwärts Oh 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 shit Oh lucky Nicht Mathis Warum? Finde ich gut Finde ich gut Das ist im gleichen Fall Mathis Finde ich echt Ich will doch nur deinen Windschatten wenn ich Ach so Hast dir gedacht machst du meinen Wagen mal ein bisschen Förmiger Alter Was ist los? Oh 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 Warte Wie dreht man sich wieder zurecht? Wie dreht man sich? Alles klar Okay so Oh Ja Wo fliegst du denn hin? Perfekt Ich weiß es nicht Warum? Perfekt Sonic Perfekt Ah Verdammt Da war ein Wuppel noch Alles klar Alles klar Fünfter Easy game Easy win Easy win Bitte nicht Lol Wieso das Radio wieder an? Ich hab Radio an gemacht Aua Ey gut dass hier nicht die Schoesdämpfer kaputt gehen können Da war ein Kegel im Weg Alter wer kommt jetzt in die zweite Runde rein Haha Geh Geh Nein 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 Nicht zu schnell Wo seid ihr denn alle? Wir kloppen uns dahinten und du fährst gemütlich deinen Weg Ja ist halt so Gleich bei der letzten Runde warte ich nochmal auf euch Ich will es spannend haben Nein, ich warte gleich bei der letzten Runde, ich will auch Spannung. Drei Runden habe ich jetzt eingestellt. Klar, in meiner Folge gibt es immer nur eine Runde. Oh, die war ja auch so lang, die zwei Runden. Wer ist vierter? Ich. Ja gut, Mathis, noch ein paar paar Bilder, dass ich Windschatten gleich bekomme. Verdienst es auch mal nicht dazu. Oha. Achso. Ansage. Auf jeden Fall. Ansage. Warum kannst du noch Mathis raus haben, bitte? Wenn ich rankommen würde. Papier. Ich finde deine Farbe schön, Storm. Wieso hole ich den nicht auf? Was ist denn da los? Ich muss vielleicht erst vorher was abholen. Oh Leute, jetzt seid ihr auf einmal schon wieder da, ich wollte warten auf euch. Sascha, wir sind noch nicht da. Warte, das ist kein Problem. Sascha, warte jetzt, ging ich abbremsen. Ich habe gerade tatsächlich ein bisschen Gas weggelassen. In einer Minute bin ich auch da. Ja. Ja, die anderen sind leider zu dicht dran. Jetzt. Echt? Goethe war dichter. Haha. Ich bin da von Goethe Schule. Alles klar. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Wieso fliegt denn alle da so? Ja, geh geh Sascha, geh geh. Ich weiß es nicht. Warte. Du liegst schon wieder an der Linkse. Ich weiß nicht warum. Ich muss auf. Oh oh. Oh Gott, was tue ich? Oh. Sascha. Sorry. Ich habe dich nicht gesehen. Ich habe dich nicht gesehen. Schon klar. Schon klar. Ja ist ernst. Echt so. Wie soll ich dich gesehen haben? Auf der Minimap. Das ist mit Borja aus dem scheiß Autofahrt. Als wenn ich auf die Minimap gucke. Oh oh. Nicht an der Rampe vorbeifahren. Huh. Huh. Das wird doch zu eng für zwei Leute. Weil hat er aber wieder einen Checkpoint vergessen, der Dude. Ich ne. Habe ich gar nicht gehört. Irgendwas Murmel gehört ganz leise. Oh. Mach ne Kurvenlage hier. So. So. Du hattest zwei Runden seitdem hier gemütlich zu üben. Sascha. Das war ernst gemeint. Ich habe die Kurve extrem geil genommen. Im Vergleich zu Mathis. Wie ist das? Oh scheiße. Jetzt brech ich aber geradeaus. Jetzt brech ich geradeaus. Oh. Weil mich macht einen Fehler und wer den Sinn für nicht hat. Ah. Das war mein... Woher? Woher? Windschatten hatte ich. Ja Windschatten. Ja? Das ist geil, wenn man hier einfach geradeaus durchfahren kann. Im Tunnel. Ja. Ist okay Tunnel. Bleib dem scheiß Außenspiegel da hängen. Alter. Wir hatten ja keine Hitbox. Was ist das für eine Hitbox gewesen? Alter. 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 Ich kann ihn nicht töten. Du weißt ja eh wo ich jetzt wieder hinfliege. Oh Gott, ich glaub du kriegst mich noch In den Schatten Nein Da musste ich Kampflinie fahren Das war knapp Ich wollte auch abbremsen Der war richtig close Richtig Miroslav close Ich hab dich wieder weiter runtergestuft in der Gesamtliste Du willst Sechse Aber das war echt knapp, da hast du recht Bin gleich mal auf die Zeit gespannt 5.000, Alter 5 Minuten oder so Wir mussten noch 6 Minuten fahren jetzt Dem gönne ich das Sascha, plus 800$ Aber es hat sich gelohnt 0,13 Sekunden, Mathis Das war ganz cool eigentlich Das ist auf das ich ständig nach links geflogen bin bei der Rampe Weiß ich warum Sonic jetzt mal weit ab Weit Alles easy Alles easy Ich spiel's witzig Easy Oder witziger wenn ich gewinne Hauptsache mal das in Aesthetik gewinne ich Das ist ganz richtig Das ist richtig Das ist richtig, ne? Ja, ja Graben 3 Ist wieder Point to Point Ich kann auch auswählen Kein Point to Point Was ist kein Punkt to Point? Kein Kontakt Oh lol Ja, ne Kontakt wollen wir Ähm Letzten Platz eliminieren wir ja auch ganz witzig, ne? Nein 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 Nein, nein, nein Oh Gott Was ist denn eigentlich ein gutes Motorrad? Ähm Wollen wir vielleicht einfach alle das gleiche nehmen? Kein Kommentar Die Pfeiler Das Ding hier Die Pfeiler Was? Die Pfeiler? Die Pfeiler Die Pfeiler Die Pfeiler Die Pfeiler Die Pfeiler Die Pfeiler Habe ich genommen Ich nehme mir Pegassi Er hat exakt dieselben Wert aus irgendeinem Grund Ich weiß nicht warum Aber nur damit ich Anders bin als hier Alter Was hat der für eine Beschleunigung hat, ey Keine Bremse, aber Cool Speed Er muss schon bremsen, ne? Echt, ey Wer bremsst Richtig Man kann doch einfach vom Gas runter gehen, dann bremst man auch Oh, ich bin erster Das ist ein hässliches Stück Motorrad, ne? Stimmt ja gar nicht, ich bin auch vererster Ich bin von vorne so unfassbar hässlich Dritter Und meins ist auch noch pink Meins ist schön Die Leute sind doch nicht über dich, Sonny? Oh fuck Hä, wir gehen dann auf den Sparieren Auf einen Rad Weiß ehrlich gesagt nicht mal wie das geht Einfach Achso, du spielst mit Tastaturen, ne? Ne, eigentlich mit Controller Dann einfach den linken Stick nach hinten ziehen Oh! Mach das, Alter Entschuldigung, ich fahr auch noch rechts Nein, 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 nein Oh! Das ist schon wieder dieselbe Webster schon Nein, das sind andere Jo, Bevo Ich mach den Links dran vorbei, Leute Wir brauchen den Windschatten Oh shit Oh shit Ejo, wie sie alle wieder ankommen Ejo, wie sie alle wieder ankommen Ejo, wie sie alle wieder ankommen Ja, ich hab gefurzt Achso Das ist ja gut Ach du auch Waschla, wo fliegst du hin? Easy, nach vorne Alter, wie macht ihr das denn? Geht's euch nicht, wenn ich nach hinten denke Ciao, Sonic Ich mich auch Alter, hab ich Speed drauf, ey Warte, was ist hier clever, auf den Schienen oder nicht? Nicht Das ist egal Ja LOL Was war das denn, Sonic? Was war das denn? Ich bin einfach drüber gefahren Ich hab nichts gemacht Dieses Huren-Spiel, das ist der Hammer, ne? Geht ihr euch eigentlich auch nach vorne, die ganze Zeit? Ne, auf dem Motorrad bringt's ja nicht eher nach hinten Das bringt nichts bei mir nach hinten Mit der Tastatur voll schwer zu binden sich zu denen Kack, Spiel Oh Shit Geil Oh, wo flieg ich hin? Nein Das ist doch schon was Geht auch nicht so geil Oh Sorry Bebo Da lässt... Ich fäll dran vorbei Oh Shit, Scheiß Idee Hat geklappt Hat geklappt Ja Das war sehr gut Oh lol Darf doch mal kurz, oder? Nein, was ist der andere bin ich wieder? So, besser Und tschüss LOL Da hat natürlich auch keiner einen Unfall außer ich, ne? Das ist nicht... Nicht so... Das ist halt sehr... Ja Ja, ja, Sonny Unschön Ich seh nächste Sonderbild Oh Gott, ist das Glück, ne? Ohhhh Lande ja Kannst du denn immer noch schneller sein? Skill Ohhhh Ja, nix, Kind Viel Schmerzen Viel Schmerzen In diesem Lande Es ist geradeaus fahren, Alter Alles klar Ich hab euch halt Null eingeholt Obwohl ich... Das ist halt irgendwie... Na doch Ja, ich hab euch auch nicht eingeholt Ja, hol ihn einfach Null ein Das ist einfach mega lächerlich Obwohl ich hinter ihm bin Lächerlich Ne, auf der Fall weißt du Kriegst du ja mehr Speed, wenn du hinter den Leuten bist Kriegst halt mehr Speed Motorrad gewinn ich irgendwie nie Weiß nicht Irgendwie Ist das noch Longo Longo Muss da die ganzen Dinger mehr irgendwie Mal angucken Backflips Wettgewinne Plus 400 Was? 400? Ich hab noch 1000 gesetzt Ja, war wohl so wenig Wetten, dass du nur 400 bekommst Das war's mein erster Platz Ja Tito Soll nicht gefehlt dir eigentlich irgend ein Rennen Bei mir wird das Oli der dritte Oh, der zweite Lol Mit dir noch einen Punkt mehr Haha Zwei Ah ne, ein Kacke Kacke So Was kommt jetzt noch für ein Rennen? Ich weiß es nicht mehr Ich bin Level 74 und streite mich mit Level 14er Schon wieder Point to Point Was hab ich denn da ausgewählt? Weißer Wo ist es nicht? Weißer Mh Wo ist das fucking Radio? Ja In Deine Manos Ne, das wüsste ich Oh Gott, schon wieder Ihr seid so arschig Haha Ja, Barty 801, ne? Die RR, meine Filme Wat? Barty 801 RR von Pegassi Was? Vor allem, die Farbe, die du umändern kannst, ist ja mal Ja, meine Farbe ist schwarz, ist trotzdem rot-weiß-blau Haha Meine ist für Kies So, jetzt bin ich mal einfach Jetzt bin ich mal hochnäsig Kau sie das mal 10.000 auf dich Wette auf mich selbst Easy going Mehr als 1000 geht nicht Die 2D in Weinbund, okay Alles klar, Bonn starten ist scheiße Bindlich Machst'n Abgang Sonic Aber das ist nur mit Auto so, Sonic Nein, schon wieder kackackt Krieg das auch nicht hin? Ich krieg's immer hin Ich auch Alter, was ist das? Okay Oh nein, jetzt hab ich Radio angemacht Ja, ich bin Mitte runter gefallen Achso Fack Fack Falls einhändiges Motorrad zeig ich die ganze Hände sticke finge Oder mein mit Hier Sonic Nee, warte Warte Ah! Hier Ich hab's denn mal extra ab Würdest du mal bitte hier bleiben? Ich hab auf mich gewettet Ich muss die Runde leider gewinnen Ich hab auch auf Sascha gewettet Du Mongo Hahahaha Oh fuck Er glaubt einfach nicht an seinen Sieg What? Der Alter Sascha Ja, was soll ich machen? Alter, wo sei denn? Ich kenn doch den Weg nicht Ich dachte du machst Hauptgang Hä? Und jetzt? Oh geradeaus Oh Gott Oh oh Ich bin viel zu schnell Oh oh Ich bin viel zu schnell Oh Oh Mann Oh das kühlt mich Alter, könntet ihr vielleicht mal Fahrfehler machen, damit ich mal aufholen kann? Nix Oh 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 Lenkt er mir zu viel Oh Oh Das kriegen wir hin Sonic Okay Ähm Ja, ich bin runter gefallen Achso Vorsicht Nein Ja Gut, dass ich links gefahren bin Nee Hast du auch nicht Ich hab dich nicht gesehen Wirklich Nee, da war auch nichts los Ich wollte links an dir vorbeifahren War aber dann zu weit nach links Ja, so ist aber nicht Motorrad fahren In Echte Oh scheiße Karma strikes back Richtig, weil du hochmäßig wurdest Ja Das passiert mir auch jedes Mal Obwohl mein Nein, nicht nochmal ein Abgang Boah Das funktioniert jetzt immer Das ist so Wenn man hochmäßig wird zuerst So kurz Scheiße Ja, okay Ich mach nochmal einen Abgang Und da gehen 1000 Dollar dahin Oh fuck Nein, ich hab das Haus Was ist das tun Ja Weil ich hinter dir bin Ich muss mich auch zurücksetzen Leute, wo sind die schon alle? Die fliegen so an mir vorbei. So eine andere Strecke. Die sind schon im nächsten Rennen. Ja, richtig. Genau, wir fahren schon am nächsten. Ja, normal. Nein, 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 nein. Hättest du den da schon wieder zurückgesetzt. Vermutlich Bwum nach dem lauten Nein. Nee, nee, das war nicht Bwum. Wer ist Zweiter? Okay, mach das. Ich dachte, ich komm mal rüber zu euch. Wer hat das, du bist Zweiter? Ja. Ja, ich doch. Keiner sagt was. Konzentration, Junge. Alle hätten schon längst gejubelt, wenn sie Zweiter wären. Ansonsten. Hallo! Oh shit. Müll aufholen, ey. Ich glaub, du warst noch ein bisschen schneller als ich. Musste mal wieder sein. Ressonic ist voll der Cheater. Was? Ja, richtig halter Cheater. Wo ist Sonic denn der Cheater? Machst halt die ganze Zeit auf einem Rad fahren oder halt zurücklehnen und sowas. Kann ich nicht. Ich bin halt auch Level 70, ne? Korrekt. Trotzdem. Von denen ich ungefähr 30 Level nicht gespielt habe, weil ein Hacker meinen Account gespielt hat. Ah, ärgerlich. Das hätt keins doch nicht. Verrat jemand. Pfff. Etwa toll, ey. Aber immerhin alle ins Ziel gekommen. Kommt der Two-Trigger als letzter wieder ins Ziel. Naja, ich bin ein paar Mal echt blöd geflogen. Storm, ich glaub an dich. Ich bin doch schon drin. Und B, wo du auch. Du machst das noch. Bitte? B, wo du machst das noch. Ich glaub an dich. 1000 Dollar auf dem letzten Platz, der vorletzten. Auf dem letzten hab ich 1100 gekriegt. Da hab ich gerade den schiefen Mongo gemacht. Die hat Verluste 1000. Also nur plus von 300 bei diesem Rennen. Tch. War trotzdem ein cooles Rennen. Ja, die Strecke fand ich tatsächlich auch gut. Die hat mir gefallen. Da war keine Assi-Stelle dabei. Die war richtig behindert, die Strecke. An der ich einfach grundlos Fehler mache. Ja. So, dann machen wir mal Feierabend. Mama, fertig. Mama, komm bitte abwischen. Okay. Ich danke euch. Immer zu Zuschauen bei dieser Folge von GTA Online mit den verrückten Dudes. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Schönen Tag euch noch. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.